Einen fluschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mini... Das ist so ungewohnt, weil man nicht auf Mindsucht Minigames sorgt. Zu einer Folge von Minigames auf dem Griefer Games 1.19 Netzwerk mit Slash Minigame. Kommt man ja in diese Übersicht, es gibt Bilderbattle. Ja, also Mystery Mods packt bei mir noch etwas rum. Dann eben Laser Attack und TNT Run. Ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich zwei oder drei sehen. Ich habe eigentlich ganz gut gespielt, habe ich auch gewonnen. War auch nebenbei im Stream von Mojo, deswegen wurden die Runden auch gut voll. Mojo ist auch übrigens unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal unten bei ihm auf Twitch vorbeischauen. Ich habe bei seinen Community Runden mitgemacht. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und kommentiert gerne mal, wie ihr das Minigames Update findet. Und ansonsten Intro ab. Erstes Minigame Bilderbattle. Ich habe mich für Klopapier entschieden. Dementsprechend brauchen wir auf jeden Fall weißes. Ich würde mich auf jeden Fall für Wolle. Trockenbeton und ich nehme noch weißen Beton. Vielleicht wird das was. Ich muss mal irgendwie machen. Waren wir machen das. Ich würde sagen, wir klatschen das einfach mal hier so. Erstmal so in Rollenform. Ich glaube, das ist so besser zu erkennen. Am besten mal noch eine Toilette nebenan. Damit auch jeder weiß, was gemeint ist. Digga, wer zum Geier ist der Kloputzer 8187? Ich glaube, dass wir dem Trockenbeton sieht ganz gut aus. Oh, ich habe gerade eine Idee. Und zwar gibt es hier auch diese Stäbe, wo man das Klopapier da drauf stapelt. Und dann hat man ja hier das oben und unten so ein... Wie mache ich das denn? Ohne Keramik und dann schwarz. Als... Ah, kadee. Wie viel schwarz gibt es denn hier? Ah, ich habe den braunen Pilzblock genommen. Egal. Okay, den zweiten schaffe ich nicht. Ich glaube, das ist mal hier weg. Ansonsten. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich ja weniger was. Vielleicht erraten es die Leute trotzdem. Boardsfeld ist wendet. So, mal sehen. Was wir hier so rausbekommen. Oh, äh, Leuchtturm. Zack, fertig. Das ist... Kreuz. Das war wirklich Kreuz. Kleine Pro-Tipp mal am Rande. Über der Leiste, die hier gerade abläuft. Hier rechts. Da ist auch immer die Anzahl der Buchstaben dann. Wird angezeigt. Also da kann man auch ein bisschen rumraten. Wenn es einem zu schwer ist. Ich muss gerade mal schauen, ob das direkt am Anfang auch angezeigt wird. Das war einfach vom Klo-Putzer. Da war aber... Wer wäre ein Fallzeuger? Sowas von. Klopapier. So. Was ist das denn? Hä? Klop... Ja gut, es könnte theoretisch auch eine Klobus sein, aber... Kloputzer, Dicker. Irgendein Stampfer vielleicht oder sowas? Oh nein. Hä? Ach, das steht so neben der Toilette. Aber Bruder, dann hätte ich doch einen Toilettenhalter gemacht. Ja, ja du, aber ich bin nicht so schlau wie du. Sorry. Das ist eine Teekanne. Das sieht man ja direkt. Aber die ist schon geil gebaut. Da kann auch Kaffee drin sein. Der Mojo, das ist eine Teekanne. Sieht doch hier das Würstchen. Äh... Facebook. Bäm, zack. Äh, Rose. Bäm. Ihr seid alle zur... Flow Flower Blume. Also manche... Mojo oder... Wie wird der ausgesprochen? FTV Signed oder was? Keine Ahnung. Das sehen wir doch direkt, Rose. Oder vielleicht bin ich doch gar nicht so dumm, wie Mojo denkt. Bin ich dumm? Ja. Gras. Wenn ich Gras mache, dann peiche ich alles voll mit Gras. Aber ich könnte... Äh... Was zum... Glocke? Hä? Helm? Hut? Das ist ein Hut? Junge, Junge, Junge. Was soll denn das für ein gigantischer Hut sein hier? Für ein... Also ich glaube, der ist ein bisschen groß geraten, ne? Das ist ja noch besser als meins gebaut, Mensch. Dass sowas überhaupt möglich ist. Äh... Würfel... Nein, ein zu spät. Hauptsache oft, du Hund. Ah, hier. Komm, machen wir erstmal den Scheiß kaputt. Äh... Stern. Bam. Zack. Sag mal, Mojo, was ist denn mit ihm? Liamp? Lamp? Zahn? Das ist ein... Schick. Also langsam zweifle ich am Mojo, wirklich. Äh, ich hab wieder gewonnen, Mensch. Und mal Mojo ist sechster, ist er sogar noch geboren. Ist irgendwie, dass die Capes auf der 1.9.2 vom Mystery Mod irgendwie so fett? Oder warum sieht das so komisch aus? Ach komm, kommt runter. Alle runter mit euch. Ey! Weg mit dir. Gehen Sie bitte weg. Der kommt mir doch safe gleich wieder entgegen gehoppelt. Ich glaube, sie ist die letzte Überlebende. Sie ist runtergefallen. Das heißt, ich hab die oberste Plattform für mich ganz alleine. Denk mal, ich werde jetzt erstmal hier so den inneren Kreis so zerstören. Oh, das war knapp. Und dann nach außen gehen. Okay, ich... Keine Ahnung. Ich glaube, nur noch Mojos am Leben. Aber der ist schon sonst wo. Und ich bin noch ganz oben. Weil ich ein junger Gott bin. GG. GG. Ich habe einfach den Cuts Game auf der obersten Ebene. Nächste Runde Bilderbattle, Taschenrechner, Apfel, Facebook. Ja, ich nehme den Apfel. Der ist safe. Der ist easy. Weil ich bin jetzt einfach ganz klug. Nehme mir den Minecraft Apfel aus dem Inventar und baue den einfach nach. Einfacher kann ich es dann auch nicht mehr machen. Wer das dann nicht gerät, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Apfel. Dann haben wir hier eben den Apfel. Dann nehmen wir Rot. Einmal Wolle. Einmal rote Keramik. Und einmal roter Beton. Dann haben wir... Da haben wir so... Achso, stimmt. Ich brauche hier auch noch braunen Stiel. Dann nehme ich am besten... Ohne Keramik, glaube ich, ich nehme braunen Beton. Oh, ich denke mal einen Apfel kann man hier gut rauserkennen. Würde ich mal meinen, also. Ähm, Hut. Hä? Hut. Oh, ich war im falschen Chat, Digga. Ja, okay, das ist der Apfel. Ja, bam, zack hier. Ich kriege hier richtig fett Punkte. Ist ja geil. Ähm, Trank. Äh, Potion. Trank des Glücks. Ich spiele das zum ersten Mal. Trank des Glücks. Hä? Hey. Es war Glück. Oh, Junge, 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 Junge. Da merkt man aber auch, dass man zum ersten Mal spielt. Aber ich habe noch Punkte abgesahnt. Äh, Kopfhörer Headset. Zehn Punkte. Oh, Junge. Das war ja Millisekunden knapp hier. Ähm, Zombie. Okay, aber von den Farben her sehr gut gemacht. Äh, Feuer. Oh, ja, Feuer. Was steht hier? Das, was brennt, ist das wichtige... Was? Flamme? Flamme war es. Das wichtige, kleiner Tipp. Ja, muss man auch erst mal Schilder lesen. Das ist ja fantastisch. Mein Leben. Scheiterhof. Äh, Socke. Hä? Hä? Äh, Strumpf? Adidas? Hä? Gifte-Stinkel-Socken. Hä? Was soll... Hä? Was soll denn sonst sein? Socken. Die Mehrzeit. Der musste zwei bauen. Schwert. Uh! Als ob ich der Erste war. Soll ein Sword sein. Wer hat das denn geschrieben? Deutsch gibt es nur sechs, nicht? Äh, Note. Notendurchschnitt. Kacker. Junge, was ist denn mit den Leuten hier los? Also, ernsthaft. Äh, was? Äh, kein Plan wie... Das Wort ist Wurst. Digga, really? Was ist... Ach, Junge, Junge. Wie schlecht ist das denn? Äh, schon wieder Gewinner. Geil. Ja, ja, ja. Hahaha. Hahaha. Bis zum nächsten Mal.